Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Love in New York. Ich stehe heute im Nutella Store und das ist natürlich nicht nur für alle diejenigen was, die den Nutella richtig toll finden, sondern auch für die Kids. Und was hier ganz besonders ist, neben den ganzen Nutella Sachen, möchte ich euch gleich mal zeigen. Hier bekommt ihr wirklich alles, was euer Nutella Herz so begehrt. Also von Crepes mit Nutella oder Croissant mit Nutella. Es gibt sogar ganz neue Nutella-Eis. Das heißt, hier werdet ihr auf jeden Fall fündig. Was ich immer super spannend finde und das ist ein schönes Souvenir für mich gewesen, also ein praktisches Souvenir, sind die beschrifteten Nutella Gläser mit dem eigenen Namen. Wir haben ja gleich vier verschiedene genommen für unsere Lieben und die als leckeres Geschenk aus New York mitgenommen. Und das Schöne daran ist, ihr habt dann sozusagen eine tolle Erinnerung an New York bei euch auf dem Frühstück zu stehen. Und das Schöne daran ist, ihr habt dann eine tolle Erinnerung an New York bei euch auf dem Frühstück zu sehen.